Toleranz fällt nicht vom Himmel, sie muss geübt werden. Lust auf gegenseitiges Verständnis? Dazu lädt die EKH in ihre Mitglieder ein. Zum Toleranzüben üben bekommen sie einen Brief von ihrem Kirchenpräsidenten. Was können wir als Kirche dazu beitragen, dass man tolerant miteinander lebt? Und Toleranz ist etwas, was uns alltäglich beschäftigt, im ganz normalen, aber auch in den großen gesellschaftlichen Fragen. Und hier wollen wir einen besonderen Akzent setzen, indem wir sagen, Toleranz üben muss geübt werden. Hierzu lädt die Kirche auch auf der Homepage toleranzüben.de ein. Da gibt es zum Beispiel einen Fotowettbewerb und einen Toleranz-Test. Der Jugendkirchentag der EKHN ist 2014 in Darmstadt zu Gast. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die Veranstalter suchen mit einem Band-Contest ab sofort die passende Jugendkirchentags-Band. Wir suchen eine Band, die Jugendkirchentags-Band, die die Hymne für den Jugendkirchentag 2014 schreibt. Die Mitglieder müssen zwischen 13 und 26 Jahren alt sein und sollen uns einen Titel schicken und eine Begründung beilegen, warum das die Hymne für den Jugendkirchentag 2014 ist. Ein Sendeschluss für Bewerbungen ist im Februar 2014. In der Hafenstadt Jaffa in Israel treffen seit Jahrtausenden fremde Kulturen aufeinander. Das Tor zum Heiligen Land, wie die Stadt auch genannt wird, steht im Frankfurter Bibelhaus im Mittelpunkt. Der Hafen in Jaffa hat eine Funktion durch die Antike, wie er heute der Flughafen in Frankfurt hat. Das heißt, Menschen kommen herein, bringen ihre Kultur, ihre Religion mit. Die Einheimischen selber sind fest verwurzelt in ihrer Kultur und jetzt muss ein Dialog passieren. Und wir überlegen uns, welche Faktoren haben zur Toleranz geführt in der Geschichte. Migration und Toleranz am Beispiel der historischen Hafenstadt Jaffa. Die Ausstellung ist noch bis Mai 2014 geöffnet. Die Ausstellung ist noch bis Mai 2014 geöffnet.